Bereits seit Februar 2016 ist München mit Lyon und Wien Smart City. Das heißt, in einem EU-Förderprogramm werden richtungsweisende Lösungen für eine zukunftsfähige Stadt erprobt und realisiert. Ein konkretes Beispiel hat nun die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung vorgestellt. Die MGS hat im neuen Stadtteillabor am Westkreuz gemeinsam mit Experten erläutert, was er alles können wird. Der intelligente Lichtmast. So sieht er aus. Der erste Prototyp eines intelligenten Lichtmasten, der nun hier im MGS-Stadtteillabor am Westkreuz vorgestellt wurde. Der Hintergrund, hier im Stadtteil Neu-Aubing-Westkreuz wird das EU-Förderprojekt Smarter Together realisiert. Münchens Aufbruch in eine vernetzte Zukunft. Wir sind total stolz. Neu-Aubing-Westkreuz leuchtet auf Bayern. Unser Stadtteil hier leuchtet. Wir wollen den Leuten zeigen, was kann man mit Energie, mit Licht machen, wo kann man was einsparen. Wo kann man aber auch sinnvoll investieren. Wo kann man auch eben für den öffentlichen Raum gute Verbesserungen erreichen. Was kann man denn den Leuten auch näher bringen. Also es sind viele überraschende Effekte, wo bestimmt jeder einen Aha-Effekt hat, wo bestimmt für jeden was Neues dabei ist. Es ist der erste Stadtteil in München, in dem die innovativen Lichtmasten zum Einsatz kommen werden. Neben einer Beleuchtung, die sich Bewegungen anpasst, sollen die Lichtmasten gleichzeitig verschiedene Informationen aus Umwelt, Wetter und Verkehr erfassen können. Hier an der Bodenseestraße beim Neubaugebiet Freihamm haben die Baumaßnahmen bereits begonnen. Ab Frühjahr 2017 sollen hier die ersten Lichtmasten aufgestellt werden. Ein weiteres Testgebiet ist der Bereich Limes-Ecke-Altenburgstraße. Der Vorteil? Dass man da eben, egal was man machen will, sonstige Sensorik, Aktorik, eben da die Elektronik auch dann installieren kann in den Mast rein. Oder halt dann auch Sensoren an den Mast, an den Ausleger praktisch mit unterbringen kann. Oder zum Beispiel auch Elektromobilität, Ladestationen anbringen kann. Beim EU-Projekt Smarter Together arbeitet die Landeshauptstadt München gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft an Lösungen für eine lebenswerte Stadt der Zukunft. Ein Thema in dem Smarter Together ist eben auch die Energie und die Mobilität. Und in dem Bereich Energie geht es eben um CO2-Reduktion, um Energieersparnis. Und da gewinnt man natürlich aus der Umwelt auch ganz wichtige Daten, um das Ganze zu optimieren. Also wir werden dort auch CO2 erfassen mit dem Lichtmast und können da dann entsprechende Maßnahmen besser bewerten als Stadt. Und in dem Planungsprozess einfach das Ganze optimieren, Energie sparen, CO2 sparen. Das ist das Ziel des ganzen Projektes. Im MGS-Stadtteillabor am Westkreuz werden zum Thema Smarter Together in den nächsten Jahren viele Veranstaltungen stattfinden. Infoabende, Workshops mit Bürgerbeteiligung, Experimentierstunden für Kinder und vieles mehr. Die Adresse Radolfzeller Straße 5a im ersten Stock.